hallo und da sind wir auch schon wieder paar kleine meter weiter aber so dann auf zum hafen von liebe und da mal die ganzen sachen weg bringen echt lange hätte sich einfach mal so einfach mal so hier rumgelaufen bin und ganz ehrlich das werde ich auch beim nächsten mal machen also wenn ich das auf meinem europäischen account spiele weil ja das hier habe ich noch nicht gespielt es hat immer so eine sache wie viel will ich schon vorher spielen hier haben sie leider auch nichts für das latin ritual gebaut aufgebaut und die latin da sind ja glaube ich immer aber ja gut im gegensatz zum gasthaus wangschu es gibt halt keinen grund hier durch diesen ort durch diese siedlung zu gehen normalerweise eventuell damit du von hier so einen ausblick hast ja aber die meisten haben wir sowas haben halt die meisten open world spiele als problem vor allem diejenigen die mit einer wirklich großen open world auftrumpfen wollen wenige orte die man eigentlich mehrmals besucht oder auch nur besuchen möchte ja du musst du bist du bist Mr. Ip du bist du bist du bist du bist du bist du bist Charlotte und ich bin von Fontaine du kannst mich für die Steenberg ich ich glaube ich denke du kannst du das so wir Fontaineern sind auch große Tee-Drinkern der Fontaine Market dann brauche ich ein bisschen Zeit um gut zu vorbereiten vielleicht können wir sitzen und diskutieren die Fragen, die du in der Vorbereitung natürlich, natürlich, bitte folgen mir ist diese Person auch in deinem Plan? Was glaubst du? Sie ist der bedeutende Kunde. Oh je. Okay. I take it that all is going well? Don't worry, Xianyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Xianyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanghe appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no. What's wrong, Gamin? Don't tell me you're the ones putting the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an... Investment, as Ming-Wang would say. We pulled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's going to bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake! Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose Mora on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment. Are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite-flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go by one of those mechanical thingababobs or whatever they're called. We can attach you to our kite! Ähm... Doch, die Richtung. Do your tees pair well with milk? What about sugar? Uh... Can we skip that question? Of course. You would much prefer that the tees be made plain, I suppose. Perhaps you could provide some descriptions of their flavor profiles during the interview. Ah. No problem. Noted. Now then, let's discuss teabox design, shall we? Recently, I've learned a lot about traditional liyue motifs and their deeper meanings. I was thinking, if there was some way to integrate these motifs into the design of the exterior packaging. Now that's an interesting idea. If you ask me, I would probably... Okay. Ähm... Yeah. Ich bin mal... Ich war übrigens gerade mal so am überlegen, welches Open-World-Spiel macht es eigentlich wirklich besser? Also... Als erstes würde mir so einfallen Gothic 1 und 2, auch wenn es da natürlich ebenfalls Orte gibt, die man einfach überspringen kann. Aber... Selbst mit Teleporter... Selbst mit Teleporter... Ehrlich gesagt, mache ich das weniger. Die Elder Scrolls-Spiele sind noch schlimmer als... Äh... Hier... Als hier das... Also... Wenn man nicht gerade in irgendeine Höhle muss, dann... Ähm... Teleportiere ich mich dauernd von Stadt zu Stadt. Und... Lass das mit dem... Zwischen den Wegen laufen. Was auch deshalb langweilig ist, weil einem... Bei diesen Spielen echt... Alles... Aber auch... Alles... Gezeigt wird. Genauso bei... So Witcher 3. Und ich weiß, es gibt da ein paar... Äh... Versteckte Missionen, Aber... Nen Scheiß... Habe ich dann Lust... Äh... Mich um irgendwas in diesem Spiel zu kümmern. Wenn mir... Alles andere vorgekaut wird. Ernsthaft? Das interessiert mich dann nicht. Oh Gott. Auf zum Drachenstand. Oh Gott. Und bist du hier für eine Kite kaufen? Bitte, nehmen dich. Oh, wir haben bereits eine Kite. Wir wollten einen von diesen, ähm... ...Device Dinges von Fontaine. Kannst du sie separieren? Ah, ja. Hier geht's. Bitte, nehmen sie, frei von charge. Die Direktionen sind in der Box. Es ist nicht schwer zu installieren. Um, es fühlt sich nicht gut für uns, um es zu nehmen. Ja, es fühlt sich nicht gut für mich, um deine Mora zu nehmen. Ha, ha, ha. Good luck in the kite-flying competition. Ich werde dich aufrufen. Okay, dann. Danke. Hm, es ist fertig. Let's get down to business. Ja. Warte. Nicht mit dem Team. Schöne. Die Reisende und... ...er würde noch passen. Ach, komm. Ja. Nicht wegen Effektivität, sondern einfach, weil es für Liebe passt. Ja. 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 Hey Chi, we're almost there! Okay. Wow! Come here, allow me. The lantern race is as festive as ever! Huh? What's going on? Did something happen? What should we do? Should we get the mirrorless? What's that? I don't know. Hmph! Hey, come here! Ja! 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 Ja, ja! Hehehehe! Tiet... Ja? Ja? Wait, the wind. Oh, my gosh. No, I don't want a big cat like that, too. Do you see that cat way out in front? It's so beautiful. Happy Lantern, right? Happy Lantern, right? Oh, my gosh. Over there, talking to his dad.